Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Filmeinkauf-Folge. Nachdem die letzte Filmeinkauf-Folge ein bisschen kürzer ausgefallen ist, habe ich mir diesen Monat, beziehungsweise letzten Monat, also im Juli 2024, ziemlich viele nice Sachen geholt und die möchte ich ihm heute vorstellen. Aber wir fangen erstmal an mit einer kleinen Popfigur, welche eigentlich schon in Juni reingehört hätte, aber ich habe sie vergessen zu erwähnen. Von daher, hier der kleine Leland Palmer, die Popfigur aus dem Universum von Twin Peaks. Eine ziemlich coole Sache und ja, der wird jetzt auf jeden Fall hier auch an meinem Film, ja, hier auf diesem kleinen Platz stehen. Ich glaube, das ist eine ganz nette Sache, aber jetzt wollen wir natürlich direkt mit Film rein starten. Und wir fangen an mit Sachen, die ich bei Cape Light im Sommer nie gekauft habe. Cape Light ist ja auch ein Unternehmen, das Blu-Rays herausbringt in Deutschland und die haben im Sommer und im Winter immer so einen Cape Light Monat, in dem es jeden Tag wechselnde Angebote gibt. Und ein Angebot hat mir wirklich extrem gut gefallen. Das war, glaube ich, sieben Mediabooks für 49 Euro. Also jedes Mediabook für sieben Euro. Und das war wirklich ein Schnäppchen, ein Schnapper, der wirklich sehr, sehr gut war. Und ja, es waren viele Filme dabei, die ich wirklich schon lange haben will. Und deswegen fangen wir einfach mal an mit Ghostland. Den habe ich schon gesehen als einen der wenigen Filme, die ich mir als Mediabook gekauft habe. Ghostland von Pascal Loger, der ja auch Martyrs gemacht hat. Einen der besten Horrorfilme aller Zeiten. Und ich wollte mit einer Freundin noch Ghostland gucken, weil ich mit ihr Martyrs gesehen habe. Und ich auch den einfach nochmal rewatchen wollte. Ich fand, der war ziemlich gut. Aber ich bin mal gespannt, wie er beim zweiten Mal wirkt. Und von daher interessant. Und gerade für so einen Mediabook für sieben Euro kann man eigentlich, kann man nicht meckern. Ist unmöglich zu meckern. Ist halt ein sehr, sehr niceer Preis. ByBust ist ein Film, so ein Actionfilm, von dem ich schon sehr, sehr viel Gutes gehört habe. Der auch ganz gute Bewertungen hat auf Letterboxd. Dort durchaus beliebt ist. Und ich bin einfach mal gespannt. Ich habe irgendwas von coolen One-Takes oder so gehört. Und für sowas bin ich immer zu haben. So The Raid-mäßiges. Und ja, deswegen bin ich einfach mal gespannt, was ByBust so zu bieten hat. Aber ich bin da ziemlich zuversichtlich. Skinner Maring war ja einer der Filme, die letztes Jahr so einen riesigen Hype hatten. Und ich konnte den ja auf dem Fantasy-Filmfest gucken im Kino. Und ich habe noch nicht meine abschließende Meinung zu Skinner Maring gebildet. Eben weil es ein sehr... Also es ist schon ein Film, den man vorwerfen kann. Es passiert nichts. Aber vielleicht lag es auch wirklich an dieser Kino-Erfahrung. Das haben ja viele Leute gesagt, dass der Film vielleicht im Kino einfach nicht so toll wirkt. Ich möchte ihn auf jeden Fall nochmal zu Hause gucken, um dann letztendlich zu entscheiden, ob ich eher Pro- oder Kontra-Skinner Maring bin. Aber zumindest für ein zweites Mal wollte ich ihn unbedingt hier haben. Und ja, ich bin auch noch ein bisschen unschlüssig, ob ich den jetzt mit jemandem zusammen gucken möchte. Oder ob das... Ich glaube, am besten wäre es tatsächlich wirklich einfach zu Hause, alleine, alles komplett abdunkeln. Ich glaube, dann könnte er die beste Wirkung entfesseln. Ich bin einfach mal wirklich gespannt. Weil es ja wirklich viele Leute gibt, die ihn extrem gut finden. Viele finden ihn extrem beschissen. Ich bin halt genau in der Mitte. Und ja, ich hoffe einfach dort letztendlich meine Meinung irgendwie, ja, festigen zu können. Bin ich jetzt eher Pro- oder Kontra- Zumindest angeregt, zum zweiten Mal anzugucken. Das bin ich aber halt eben. Und ist auch zumindest irgendwas wert. Lord of Illusions ist ein Film von Cliff Barker. Und Cliff Barker hat ja mit Hellraiser einen der besten Horrorfilme aller Zeiten gemacht. Er hat auch dazu ja die Kurzgeschichte geschrieben. Nightbreed hat er gemacht. Er hat ja auch die Kurzgeschichte zu Candyman, glaube ich, geschrieben. Und Cliff Barker ist also ein ziemlich cooler Typ. Und deswegen wollte ich mir Lord of Illusions angucken. Das ist seine, keine Ahnung, dritte Regiearbeit, glaube ich, gewesen. Cliff Barker hat ja irgendwie nur drei, vier Filme gemacht. Oder drei Filme? Hat er nur drei Filme gemacht? Hellraiser, Nightbreed, jetzt eben Lord of Illusions. Was heißt jetzt eben? Also irgendwann in den 90ern, in der 90er würde ich mal schätzen, Lord of Illusions. Und hat er noch was gemacht? Weiß ich gar nicht. Aber ja, deswegen, das war einer der Hauptgründe, warum ich mir Lord of Illusions gekauft habe. Außerdem finde ich es cool, dass so glänzt, das Mediabook. Das sieht man eigentlich auch relativ selten. Und ja, das ist schon ziemlich cool. Coole Effekte, eigentlich wie man es von Cliff Barker erwarten kann. Das habe ich schon mitbekommen, dass auch das Lord of Illusions bieten kann. Von daher, ich denke, das wird eine sehr solide Nummer. Chopper habe ich mir gekauft mit Eric Banner, den ich auch ganz gerne mag. Ich glaube, der ist von Andrew Dominick, dem Regisseur von Blond. Das weiß ich aber ehrlich gesagt nicht genau. Aber auch der klang erstmal grundsätzlich interessant und spaßig. Und ist ja, glaube ich, auch erst vor ein, zwei Jahren oder so erschienen, das Mediabook. Und wie schon gesagt, für sieben Euro nimmt man den dann doch gerne mal mit. Und genauso wie Bound von den Wachowski-Geschwistern auch soll ein ziemlich guter Film sein. Ich weiß auch dort nicht wirklich, worum es geht. Wahrscheinlich nicht irgendwie um diese beiden Frauen, welche in der Geschichte um Sex und Crime, zumindest steht so im Hintergrund, also hier auf der Rückseite, miteinander verbunden werden. Keine Ahnung. Aber auch der ist äußerst beliebt. Und es klang zumindest, oder es sieht zumindest interessant aus. Und auch mal die Wachowski-Geschwister abseits von Matrix zu sehen, wäre, glaube ich, auch mal eine interessante Sache so. Denn da habe ich, glaube ich, noch nichts von denen gesehen, außer eben die Matrix-Teile. Und zum Abschluss, Before Awake von Mike Flanagan. Ich bin ja so ein bisschen... Ich habe eine schwierige Beziehung zu Mike Flanagan. Ich finde, mit seiner Netflix-Serie Spuk in Hill House hat er eine der besten Horrorserien aller Zeiten erschaffen. Mit seinen Filmen werde ich aber häufig nicht so warm. Jetzt habe ich aber letztens Ouija 2 gesehen, beziehungsweise eigentlich so sehr ein Prequel. Und von dem war ich wirklich begeistert. Deswegen möchte ich jetzt Mike Flanagan doch noch mal einige Chancen geben. Vor allem, weil es er doch einfach ein ries... Also wirklich ein großer Regisseur ist, der ja jetzt auch viel macht. Das sind die neuen Exorzisten beispielsweise. Nachdem David Gruden Green da richtig reingeschissen hat. Und... Gott Hilfe. Ähm, ja. Deswegen Before Awake freue ich mich drauf. Das einzig Blöde, könnt ihr schon sehen, schaut euch mal den FSK-16-Sticker an. Ich habe probiert, den abzumachen. Das Problem ist nur, ähm, dass... Weil das Mediabook halt so rau ist, ähm, ist es vartiert, ist es nicht vartiert. Aber es ist halt eben so rau und nicht so glatt. Und eigentlich mag ich das ganz gerne, weil es jetzt so ein bisschen mehr... Es gibt etwas zum Fühlen so ein bisschen. So ein bisschen Widerstand ist das ganz cool gemacht. Aber zum Abreißen des Stickers ist es halt übertrieben kacke, weil das Mediabook halt dadurch kaputt geht. Das heißt, ich verstehe nicht, warum der FSK-16-Sticker nicht auf der Plastikfolie, die über dem Mediabook war, draufgeklebt wurde, oder wie es ja sonst eigentlich häufig der Fall ist. So ist es einfach schade, weil das Mediabook halt selbst dadurch kaputt geht. Und es ist eine blöde Sache, ähm, wollte ich nur mal so hier erwähnen. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit Capelight und, äh, was sie auch hier wieder diesen Sommer gemacht haben. Das waren 30 spaßige Tage, oder 31 spaßige Tage, wo ich fast jeden Tag draufgeguckt habe, was es für neue Rabattaktionen gibt. Und ich kann euch, ich kann euch eigentlich auch nur empfehlen, falls ihr dort auch so ein bisschen, ja, falls ihr auch Filme sammelt und dort den einen oder anderen Schnapper mitnehmen wollt, euch dann beispielsweise, oder beispielsweise halt einfach mal Capelight, ähm, auf Instagram oder so zu folgen. Die zeigen da eigentlich immer, wenn es losgeht. Und so jeden Tag mal da reinzugucken. Es ist halt wie so ein Adventskalender. Das macht relativ viel Spaß. Und, ja, ich kann es empfehlen. Zudem hat Capelight halt so Bonusartikel, die man mit genug Punkten, Punkte generiert man durch Einkäufe, äh, freischaltet. Und auch die sind eigentlich relativ, relativ human zu erreichen. Ich glaube, ein Punkt pro 30 Euro. Ab 50 Euro kann man dort schon eine Blu-Ray kostenlos mitnehmen. Teilweise für 100 oder 150 Euro dann auch ein Mediabook, was schnell mal 30, ähm, Euro kostet. Also da kann man schon durchaus den einen oder anderen Schnapper machen. Von daher, dieser kleine Werbeblock hier für Capelight, welcher halt wirklich meiner Meinung nach eine sehr gute Arbeit leisten. Und das sollte dann ja auch hier auch belohnt werden. Ähm, machen wir weiter. Mit einer Sache, die wirklich, also, ich habe gerade schon über Capelight geschwärmt. Aber was Arthouse mit dieser Box hier gemacht hat, ist kriminell. Kriminell geil. Denn ihr solltet euch alle Kieslowskis, äh, Drei-Farben-Trilogie holen. Ich habe die drei Filme schon gesehen, schon bevor diese Box hier existiert hat. Ich hatte ja kurzzeitig so eine Christoph-Kieslowski-Phase, wo ich mir seine, ähm, Serie der Dekalog angeguckt habe, Blau-Weiß-Rot mir angeguckt habe. Und beispielsweise auch halt sowas wie Die Zwei-Leben der Veronika, ähm, einen weiteren Film von ihm, der so ein surrealistisches Drama ist. Und ihr denkt jetzt vielleicht, okay, drei Farben, Blau-Weiß-Rot, wahrscheinlich wird da diese Trilogie drin sein. Es sind aber tatsächlich vier Filme in dieser Box drin. Von diesem Die Zwei-Leben der Veronika, von dem ich gerade erzählt habe, der befindet sich nämlich ebenfalls hier in dieser Box. Das heißt, ihr bekommt vier Filme auf Blu-Ray für ungefähr 25 Euro, oder was der Preis auch immer ist. Also es kann sein, dass da teilweise sogar vielleicht sogar ein bisschen günstiger ist. Ähm, und das ist einfach geil. Also es ist einfach wirklich eine extrem geile Box von Arthouse. Deswegen große Shoutouts, äh, große Shoutout hier an dieser Stelle. Ähm, die Filme sind super. Ich bin vor allem Fan von Rot, weil er halt einfach ein extrem tolles, ähm, einfach extrem toll ist von der Inszenierung. Die ganzen drei Filme hier, Blau, Weiß und Rot, welche natürlich auf Frankreich anspielen und auf diese klassischen französischen Werte. Ähm, die ganzen Filme, beispielsweise dann Blau, hat ein extrem blau inspiriertes, ähm, Licht. Also arbeitet einfach viel mit blauem Licht und mit blauem Kostüm und ist einfach sehr viel Blau. Weiß ist sehr viel Weiß und Rot ist halt extrem viel Rot. Und dadurch, ja, sind diese ganzen Filme auch einfach visuell super interessant. Von der Inszenierung ist das klasse. Und es sind halt einfach alles diese sehr menschlichen und, ja, traurig schönen Geschichten, die Kieslowski einfach sehr gut erzählen kann. Und ich bin, ja, extrem begeistert, dass in dieser Box einfach vier Filme hier drin sind. Ähm, auch einfach schön so, ja, aufbereitet. Ähm, sogar ein kleines Booklet ist hier sogar drin, was ziemlich cool ist, meiner Meinung nach. Und von daher, finde ich, ist das eine 1A-Box. Also, so sieht's dann von innen aus. Sie haben blau, nee, hier, warte, da. Blau, Weiß, Rot und die zwei Leben der Veronika. Also von daher, alle hier auf Blu-Ray, klasse Box. Und, äh, ja, ich kann, wie schon gesagt, nur sagen, richtig geile Edition von Arthouse. Habe ich mich sehr drüber gefreut, dass ich, äh, mir die kaufen konnte. Ja, weil's einfach wirklich tolle Filme sind. Und, ja, vielleicht seid ihr jetzt auch daran interessiert. Wie schon gesagt, das sind extrem gute Filme. Ich hab mir was von Criterion Collection gekauft. Nämlich, äh, zwei Filme. Nämlich zum einen Investigation of a Citizen Above Susbition. Das ist ein italienischer Film. So ein Polit-Thriller, Ende der 60er, Anfang der 70er. Und man sollte sich, bevor man den Film auch schaut, angeblich mit, äh, der italienischen, ja, Politik um diese Zeit herum befassen. Das werde ich wahrscheinlich dann auch machen, wenn ich mir den Film irgendwann mal angucke. Die Musik ist von Ennio Morricone, was natürlich auch schon ziemlich cool macht. Und ich meine, dieses Criterion Collection, was ja an sich schon ein Qualitätsmerkmal ist, aber auch so die Geschichte selbst, interessiert mich als, ähm, Politik interessierter Mensch. Und von daher kann ich eigentlich nur sagen, finde ich ziemlich cool. Und, äh, ich freue mich drauf, was dieser Film zu bieten hat. In Cold Blood habe ich mir auch noch gekauft, einen Film von Richard Brooks mit Robert Blake, dürfte das, glaube ich, sein. Und Scott Wilson. Ähm, ein Film aus den 60ern, 1967 erschienen. Und Robert Blake ist ja bekanntlich einer der Hauptdarsteller aus Lost Highway von David Lynch. Er spielt diesen Mystery Man, kennt man aber sonst vielleicht auch, auch aus Der Schatz der Sierra Madre. Und ich mag Robert Blake einfach wirklich sehr gerne als Schauspieler. Und deswegen habe ich mir gedacht, in Cold Blood, welcher irgendwie von so einem Heist handelt, aber eher so um das Aftermath. Also, ähm, irgendwie um diese zwei Räuber, die jetzt so ein bisschen, keine Ahnung, die jetzt irgendwie mit diesem Überfall leben müssen. Ich weiß nicht, ob es da auch dann darum geht, dass sich Polizei sie verfolgt oder so. Ähm, es klang eher so nach einem Dialog, Dialogdrama. Keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall super gespannt darauf, was der Film so zu bieten hat. Und ich freue mich drauf. Sieht, äh, alles echt geil aus. Geil ist auch das Cover von, äh, Das Omen. Das Omen des Bösen. Und das ist eine Hongkong-Produktion, Hongkong-Horror-Produktion, die mir wahrscheinlich sehr gut gefallen wird für die meisten Hongkong-Horror-Filme. Ähm, sieht wild aus. Keine Ahnung, weil ich jetzt großartig dazu sagen soll. Ich mag einfach das Cover sehr gerne. Und das war, ja, einer der Gründe, warum ich mir das Omen des Bösen gekauft habe. Yeah. Ex-Humor haben wir dann noch hier. Ähm, das ist ein südkoreanischer Film, der jetzt kürzlich erst auf Blu-ray erschienen ist mit Choi Min... So, mit, äh, Choi Min-Sick. So, guck mal, machen wir es so. Mit, äh, Choi Min-Sick in der Hauptrolle. Den kennt man ja beispielsweise als Hauptdarsteller von Oldboy oder von I Saw The Devil. Und es ist... Es hat mich ein bisschen an The Wailing erinnert, wovon dieser Film handelt. Also ich hab irgendwas von Dämonen-Volkloren-Horror mitbekommen. Und ich mein, das erinnert mich schon sehr an The Wailing. Vor allem auch wegen der Laufzeit. Der dauert 134 Minuten. Was ja auch für einen Horrorfilm relativ lang ist. The Wailing dauert ja sogar noch mal länger. Und ich bin einfach wirklich gespannt, was Ex-Humor zu bieten hat. Wahrscheinlich hab ich ihn schon, wenn dieser Filmeinkauf hier erscheint, ähm, im Filme... Nicht im Filmeinkauf. In unserem Film-Podcast einen Hauch von Film mit dem lieben Tim besprochen. Ähm, eigentlich haben wir vor, ihn reinzunehmen. Wir wissen noch nicht, ob wir es beide schaffen. Aber, ja, das ist zumindest der Plan. Das heißt, es könnte sein, dass wir bereits bei einen Hauch von Film über den gesprochen haben. Hört also da gerne hinein, falls ihr unsere ausführliche Meinung zu Ex-Humor hören wollt. Ich finde, das klingt unfassbar spannend und ich hab Bock, mit denen anzugucken. Ähm, ja, bleiben wir in Asien, kommen wir zu Japan. Und das Message from Space ist, und ihr könnt es euch vielleicht schon denken, ein japanisches Star Wars. Der Film ist irgendwie Ende der 70er erschienen von dem Regisseur, der auch Bette Royale gemacht hat. Und, ja, der hat so eine Star Wars, ja, der halt so auf diesem Star Wars-Hype mitreiten sollte, ähm, hat halt so ein Star Wars-Film gedreht und ich meine, ihr könnt es schon durch das Cover sehen. Das ist wirklich schon alles sehr Star Wars inspiriert. Ich hab mir schon gedacht, dass es vielleicht auch ganz cool wäre, dazu ein Video zu machen, weil wer kennt diesen Film? Wahrscheinlich niemand. Ähm, jetzt wahrscheinlich immer durch die Eureka Masters of Cinema-Reihe vielleicht nochmal ein paar mehr. Aber, ich glaube, es könnte eine ganz coole Sache sein. Ähm, mal sehen, wie spaßig das Ganze sein wird. Ich freue mich drauf, weil es einfach so wild klingt. Einfach der Regisseur von Bette Royale hat eine Star Wars, hat ein japanisches Star Wars gedreht. Das klingt, es klingt einfach wirklich gut. Ich bin nochmal gespannt, wie die ganzen Effekte und sowas sein werden. Ähm, ja, deswegen werde ich mich damit wohl in Zukunft mal beschäftigen und irgendwann mal gucken. Dann war der Prime Day auch noch und eigentlich habe ich mir nichts großartig beim Prime Day gekauft, weil ich hab eigentlich alles großartig, was ich benötige, weil ich mir nur geholt habe, war die Shrek-O- Shrekologie, ähm, die ersten vier Shrek-Reihe, nachdem ja auch jetzt kürzlich erst Shrek 5 angekündigt wurde. Ich mag die ersten drei Shrek-Filme, auch wenn ich sie seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen habe. Ich hab vor allem Lust auf Teil 2, welcher für mich, glaube ich, der beste Shrek-Film ist und, ja, ich hatte eigentlich noch mal Lust, mir die anzugucken, von daher, vier Shrek-Filme halt, kosten auch nix, also, ja, war jetzt, ja, warum nicht, warum nicht, was spricht dagegen? Jetzt kommen wir zu etwas, falls Leute mehrere Filmeinkauf-Folgen bereits gesehen haben, haben sie vielleicht mitbekommen, dass ich eigentlich diesen Film bereits zu Hause habe. Hellboy. Ich bin ja persönlich großer Fan der Hellboy-Verfilmung von Guillermo del Toro und ich hab mir letztens über Rebuy die ersten beiden Filme bestellt. Hellboy 1 und Hellboy 2, die Goldene Armee. Und letztens hatte ich so eine Phase, da war ich nur noch mal ein bisschen auf dem Guillermo del Toro-Trip und ich hatte Lust, mir mal wirklich wieder Hellboy anzugucken. Und ich hab die Hell, also ich hab ja Hellboy dann zu Hause gehabt und ich hab die Disc rausgenommen, hab sie in meine Playstation gelegt, um dann halt eben den Film anzumachen und ich schau so auf das Titel-Menü und sehe, komisch, das ist doch Hellboy 2. Dann nehm ich den Film raus und denke so, okay, dann hab ich wahrscheinlich die falsche Disc rausgenommen. Ich greife ohne drüber nachzudenken oder mir das Cover anzugucken, die andere Hellboy-Disc und tue auch die dann rein. Also öffne es, tue die Disc rein in meine Playstation und sehe, warte mal, das ist schon wieder das gleiche Menü. Habe ich jetzt schon wieder die gleiche Disc reingetan oder was ist hier los? Und dann hab ich bemerkt, ja gut, Rebuy wahrscheinlich hat der, der, ja, wie sag ich das jetzt am besten? Wahrscheinlich hab ich mir, hat der Vollidiot, sagen wir Vollidiot, hat der Vollidiot, der seine Hellboy Blu-Ray verkauft hat, aus Versehen in den ersten Hellboy, die Hellboy 2 Disc gelegt und deswegen hatte ich jetzt zweimal Hellboy 2 als Blu-Ray, was ne ziemlich dumme Sache ist, weil ich wollte Hellboy 1 gucken. Letztendlich hab ich natürlich keinen Hellboy geguckt, aber ich hab mir gedacht, komm, dann kaufe ich mir halt jetzt eben den normalen Hellboy, ich mag den Film, scheiß doch drauf und was auf jeden Fall meine Lehre aus der ganzen Sache ist, ich werd mich jetzt, falls ich nochmal bei Rebuy bestelle und ich werd früher oder später nochmal bei Rebuy bestellen, wenn man da wirklich gute Preise bekommt für gebrauchte Blu-Rays und DVDs, ich werd dann auf jeden Fall nochmal genau gucken, dass da alles richtig ist. Ich hab mir schon mal Ben Hur geholt, den Originalen zugeschickt, wurde mir dann das Remake, da hab ich dann direkt gesagt, Leute, den will ich nicht, das war der Falsche, weil sie Ben Hur damals dann nicht mehr auf Lager hatten, wurde mir der Preis storniert, kein Problem, kann jedem mal passieren und auch der Hellboy 2 Fehler, also das in der Hellboy Hülle Hellboy 2 drin war, meine Güte, sowas passiert halt, ist jetzt nicht großartig schlimm, aber ist natürlich ärgerlich jetzt für mich, weil ich mir nochmal Hellboy so holen musste, deswegen kleiner Tipp so für euch, weil ihr es jetzt nicht eh schon macht, vielleicht damit beschäftigen, was ihr da genau, was ihr da genau holt, gerade bei so gebrauchten Läden, da kann es natürlich schnell mal passieren, dass man da irgendwie durcheinander kommt oder es dort die Leute vom Laden nicht genau überprüfen, okay, funktioniert da alles, ist es die richtige Disc und ja, deswegen, so als kleiner Tipp nochmal von mir, zumindest mal genauer auf die Disc gucken, dass da nicht so ein Fehler entsteht, wie bei mir, das war schon echt, da hab ich mich schon echt blöd gefühlt. Ja, mir fällt keine Überleitung ein, deswegen komme ich einfach mal direkt zu C2 Killer Insekt, ein Film, der auch bei mir in der Spinnentier, also in meiner Spinnentop 10 war, C2 Killer Insekt handelt aber nicht von einem Insekt, sondern ebenfalls von einem Spinnentier, genauer gesagt ist es aber eine Zecke und Zecke sind so für mich die ekelhaftesten Tiere, die auf diesem Planeten rumwandeln, wirklich, ich finde Insekten so unfassbar ekelhaft, äh, Zecken, ich finde Zecken so unfassbar ekelhaft, allein diese Vorstellung, dass da eine Zecke auf deiner Hand ist und von deinem Blut irgendwie was saugt, also, und dann immer fetter wird und die sehen halt so eklig aus, weil sie so klein sind, aber dann so richtig fett werden und, nee, also Zecken finde ich einfach nur ekelhaft und deswegen hat C2 Killer Insekt überraschend gut bei mir funktioniert, ähm, hat super geile Effekte, hat mich dort so etwas an die Fliege erinnert, an der, von der Ekeligkeit der Effekte, jetzt ohne direkt an die Qualität von die Fliege heranzureichen, aber, C2 Killer Insekt war wirklich ein guter Film, der erschien jetzt auch über dieses und letztes Jahr wirklich in ganz vielen verschiedenen Editionen und jetzt habe ich mir endlich mal eine geholt und ich kann euch eigentlich auch nur empfehlen, falls ihr, ja, ein Interesse habt, irgendwie für so ekligen Body Horror und sowas oder für Tier Horror, dann wird euch C2 Killer Insekt wahrscheinlich ziemlich gut gefallen, also, holt ihn euch, ist ein guter Film. Dann kommen wir noch zu drei asiatischen Filmen und ich schätze, zwei davon sind aus Japan, das sind nämlich zum einen von Arrow Video, Burst City und Inferno of Torture und wir fangen mit Inferno of Torture an, ähm, sieht aus wie so ein, ja, wie so ein Sadomaso, bisschen sexy, also so Pinko-mäßiger, ähm, Torture, Torture-Porn und aus den 60ern gedreht, habe ich glaube ich schon gesagt, von Tiryu Ishii, welcher auch einige interessante Filme gemacht hat, so in seiner Filmografie und den habe ich mir gekauft, weil, war auch gerade relativ günstig zu haben für so eine Edition von Arrow Video, von daher, ja, habe ich mir den geholt und Burst City ist ein Film von dem Regisseur, von dem ich kürzlich Crazy Thunder Road bereits vorgestellt habe, ähm, also ich glaube der ist auch so Cyberpunk, Sci-Fi, Action, klingt also auch ganz interessant und cool und einfach mal nach was anderem, was man nicht so häufig sieht, keine Stangenware und das finde ich interessant und ich bin einfach mal gespannt, wie gut der mir gefallen wird, ähm, ich hoffe einfach mal, dass es ganz gut sein wird, warum nicht, wäre doch schön, wäre doch schön, würde ich mir wünschen, ähm, worauf ich mich sehr gefreut habe, dass der endlich bei mir erscheint, ist, der Holy Virgin versus The Evil Dead mit Donnie Yen, das klingt einfach so geil und absurd, auch hier haben wir wieder so ein glitzerndes Cover, was sehr, sehr schön ist und ich meine, es klingt einfach so wild, so ein Martial Arts Hongkong Horrorfilm mit Donnie Yen in der Hauptrolle, ich, äh, muss sagen, ich habe da sehr viel Bock drauf, weil es wird wahrscheinlich nichts mit The Evil Dead zu tun haben, sondern The Evil Dead wird wahrscheinlich einfach benutzt werden, um, ja, so ein bisschen Dämonen-mäßig zu zeigen, in die Richtung wird es gehen, aber, ja, ich bin ja bekanntlich Fan von so welchem Blödsinn und ich habe ein Herz dafür, gerade wenn es halt tolle Effekte haben und das haben halt eben die Filme aus Hongkong ganz häufig, von daher bin ich da, ja, wirklich sehr begeistert von, also ich hoffe, dass ich da sehr begeistert von sein werde und ich freue mich drauf, äh, anscheinend sind hier auch zwei, ähm, Versionen vom Film mit dabei, ähm, nämlich zum einen auch noch eine Uncut Cat-Free, eine Uncut Cat-Free Version, also wahrscheinlich nochmal deutlich brutaler und, wie schon gesagt, ich bin da Fan davon, vor allem auch wegen dem Titel und weil Donnie Yen mitspielt, ähm, ja, Hongkong-Blödsinn habe ich ja bekanntlich, wie schon gesagt, immer ein Herz für und wir haben auch zwei Filme, die eher so prestigereicher sind, nämlich zum einen Im Namen des Vaters, ähm, welcher ja auch in der IMDb, IMDb Top 250 drin ist, meine ich zumindest, mit Daniel Day-Lewis, Emma Thompson und Pete Postlef-Waite, ähm, nee, Daniel Day-Lewis ist eh einer der besten Schauspieler aller Zeiten und Im Namen des Vaters ist, glaube ich, so ein Krimi, Krimi-Drama, ich weiß aber auch nicht ganz genau, was da jetzt genau abgeht, ist nur ein sehr beliebter Film und deswegen habe ich mir gedacht, sowas kann man doch sicherlich mal zu Hause haben, genauso wie Ist was Doc ähm, von Peter Bogdanovich mit Barbra Streisand und Ryan O'Neill, ähm, Peter Bogdanovich ist ja auch so ein ganz beliebter Regisseur, der gerade so in den Ende der 60er, Anfang der 70er, glaube ich, so in dieser New Hollywood-Ära, ähm, echt tolle Filme gedreht haben, sollte, keine Ahnung, ich habe keinen davon gesehen, glaube ich, aber da will ich mich eigentlich jetzt auch mal in der nächsten Zeit herantrauen, zumindest mal so die beliebtesten davon mal gesehen haben und, ja, deswegen habe ich mir einfach mal Ist was Doc bestellt, weil, wie schon gesagt, es klang eigentlich ganz cool und auch Barbra Streisand dort in der Hauptrolle, darauf habe ich Lust, ja, und ganz zum Abschluss, ich habe dort noch was, ähm, zwei Urmell-Filme, es wird ein Video zum Urmell kommen, wahrscheinlich erst im September und es wird wahrscheinlich das umfangreichste Video hier auf meinem Kanal werden, denn ich habe dort über jede, oder ich werde da über jede, ähm, Urmell-Verfilmung und jede Urmell-Serie sprechen und, das ist tatsächlich mehr, als man erwartet und es ist wirklich, es ist tatsächlich sehr, sehr umfangreich und wie schon gesagt, es wird wahrscheinlich das längste Video auf diesem YouTube-Kanal hier, abgesehen von Mimikrie, weil ich mal ausklammern würde, ähm, ja, aber deswegen, darauf freue ich mich auch, ähm, es wird, glaube ich, ein sehr spaßiges Video, ich muss es noch schneiden, aber mit dem Skript bin ich eigentlich fertig und ich glaube, es wird spaßig, wie schon gesagt, erscheint es aber erst, ja, ungefähr im September, weil Sachen davor erscheinen müssen, die, ja, glaube ich, aber auch sehr viel Spaß machen und das war es dann auch mit diesem Video, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie es euch geht, was ihr euch so für Sachen in letzter Zeit gekauft habt und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder, indem ihr im besten Fall noch einen Daumen nach oben gebt und den Kanal abonniert, um nichts mehr zu verpassen, bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall alles Gute und tschüss, bye. Bis zum nächsten Mal.